ja freunde der ukulele ihr werdet es kaum glauben was ich heute für euch habe es ist eine ukulele das gute stück hat ein kopf aus plastik ein griffbrett aus plastik bünder aus plastik ein korpus aus plastik ein traum sozusagen in tief schwarz und jetzt gucken wir wie es klingt schon in dem label steht drin brilliant acoustics for extreme conditions wenn wir das nicht gerade haben weiß ich gar nicht stimmt sogar so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Kann man bestimmt auch ein Pausenbrot reintun. Vielleicht gibt es eine Option da. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018